Schwäbisch Hall, historisches Zentrum am Kocher. Die 37.000 Einwohner Stadt liegt am Übergang zweier Landschaften. Der Schwäbisch-Fränkische Wald im Süden, die Hohenloher Ebenen und Täler nördlich der Stadt. Schwäbisch Hall ist eine Stadt, deren Geschichte tief ins Mittelalter und noch weiter zurückreicht. Hall, wie die Stadt bis heute umgangssprachlich genannt wird, dieser Name deutet auf Salz, auf Salzgewinnung hin, nachgewiesen bereits in vorchristlicher Zeit. In der Stauferzeit dann ist neben der Salzgewinnung vor allem die Münzprägestätte von Bedeutung. Der Haller Pfennig, eine in großen Mengen hergestellte Münze aus Silberblech, war damals im ganzen Reich verbreitet. Schwäbisch Hall heute, eine sehr lebendige, gleichzeitig moderne, aber auch alte Stadt. In der Altstadt Fachwerk-Idyll, lebendige Geschäftigkeit und zum Beispiel seit 1925 die jährlichen Jedermann-Festspiele auf der berühmten Treppe, dem steilen und imposanten Aufgang zur St. Michaelskirche. Vom Turm dieser Michaelskirche hat man einen überwältigenden Blick auf die Altstadt, aber auch die Umgebung. Und man sieht auch ein Gebäude, das anders ist und trotzdem hierher gehört. Die Kunsthalle Wirt, im Jahre 2001 eingeweiht, ist ein Gebäude, in dessen Architektur sich Geschichte, Tradition, Aufbruch und Visionen treffen. Helle geometrische Steinflächen, Glas und Stahl treffen aufeinander. Verbaut wurde heimischer Muschelkalk und das nicht zufällig, so Silvia Weber, die Museumsleiterin. 1997 hat uns die Stadt Schwäbisch Hall damals dem Unternehmen Wirt angeboten, hier auf diesem Grundstück eine Kunsthalle zu planen. Und wir hatten damals gemeinsam mit der Stadt Schwäbisch Hall dann etliche Architektenbüros aus Europa eingeladen. Und es war natürlich umso schöner, dass Henning Larsen, ein dänischer Architekt, den Zuschlag bekommen hat. Da sind wir nach wie vor eigentlich immer noch sehr glücklich. Denn zum einen hat er natürlich überhaupt dieses wunderschöne Wohnzimmer im Freien hier geschaffen, indem er nämlich so eine Terrasse errichtet hat, die zum ersten Mal auch diesen Blick auf die Stadt überhaupt ermöglicht. Und zum anderen natürlich, indem er einfach mit riesigen Materialien so intensiv gearbeitet hat. Die Bruchsteintechnik für unsere Außenfassade ist schlussendlich hier für die Kunsthalle entstanden mit dem Greilsheimer Muschelkalk. Und es ist natürlich genial, wie hier moderne Architektur mit der historischen Altstadt so harmonisch verbunden werden konnte. Dieses Museum ist vielleicht deshalb typisch für Hohenlohe, weil sich hier ein paar Dinge treffen. Da gibt es mit Reinhold Wirth, als vielleicht bekanntestem Vertreter, eine ganze Reihe höchst erfolgreicher Unternehmer, die in den letzten Jahrzehnten dafür gesorgt haben, dass es für die Region wirtschaftlich steil nach oben ging. Was die Unternehmen gemeinsam haben? Nicht nur, dass ich eine ganze Reihe von ihnen Weltmarktführer nennen darf, sondern dass sie noch hier sind. Also in Hohenlohe, im Kocher- oder Jagsthal. Und dass sich ihre Gründer engagieren für ihre Region, für ihre Landschaft. Der Schraubenkönig, wie Reinhold Wirth mit leichtem Schmunzeln genannt wird, eben zum Beispiel mit Kunst. Mit Museen, für deren Besuch kein Eintritt verlangt wird, die auch der Allgemeinheit und natürlich den eigenen Mitarbeitern zugutekommen sollen. Reinhold Wirth sagte ja mal, dass der lebendige Austausch mit Kunst und Kultur zu einer guten Unternehmenskultur auch führt. Zum einen, seine Tochter Bettina sagt, Kunst gehört im Unternehmen dazu, wie das Salz in eine gute Suppe. Also das gehört wirklich unlösbar zusammen. Es ist eine Firmensammlung. Überwiegend der gesamte Bestand von jetzt mittlerweile über 15.000 Exponaten ist Bestand des Unternehmens Wirth. Nur ein paar Meter von der Kunsthalle entfernt, die Johanniterkirche. Ein romanisches Bauwerk, das ebenfalls von der Wirthgruppe in ein Museum verwandelt wurde und vor allem Altemeister zeigt. Wertvollstes Stück, die sogenannte Darmstädter Madonna von Hans Holbein, dem Jüngeren.